und die Leute folgenden Video habe ich den zu seiner OP richtig verarscht, weil er hat seinen Crystal Togo gedroppt und er hat es nicht geblickt hab ich ihn gehabt und zufälligerweise hatte ich genau die gleichen Verzauberungen drauf sonst hätte man es nachher Video besser gesehen und ich habe halt voll verarscht also der Rechte wer sei Crystal Bow gewesen und da haben wir halt einfach bis in Hexe doch unser Server gezockt oder ich den und ich sie gerade nachgegangen ich hab ihn nicht die Erwachsener ist nur meiner ich hab den nicht das ist nicht einer ich hab nicht ich hab mir um Leute ich hießen meist auf oder was habe ich getan ja natürlich und es ist in mir back gewesen oder so 9 mit Schülsens und der ist er so in Arsch gegangen keine Ahnung geht er war doch noch ein bisschen was er noch gehabt der ging nur noch immer ist das muss die Kunden schossen so aber nicht mehr wo ich hab das ist nicht weiter das ist mein erster Torwart 5 drauf und so deswegen ist es nicht ja das ist nicht da ich habe es wird sich auf den Kappel und Vorausdiener aus was was hattest du was hat es durften drauf ja auch auf den Prozent Power 5 dann um Anbieter 1 und um und wurden in den Tieren zu tun also dass hier ist nicht da einer ganz sicherlich Das ist nämlich meiner. Naja, okay. Du, hier liegt er auch nicht. Okay, ich hab dich übelst zur Arsch. Den hast du außersehen gedroppt. Alter. Und das Lustige ist, ich hab genau die gleiche Sache auf meinem Drove drauf. Bloß in einer anderen Reihenfolge. Und ich hab das gerade alles aufgenommen. Nein. Ich hab meinen weggelegt. Hey, hey, hey. Jetzt reicht es aber hier, ja? Jetzt reicht hier, ja? Oh, jetzt reicht es doch mal. Genau vor meiner Haustür. Jetzt kommst du nicht mehr in dein Haus rein. Ich willst mal sehen, wo ich gestorben bin. Okay, ciao, Leute. Fail, Alter, du Mixer. Den hast du außerdem gedroppt oder so. Echt? Alter, ich hab noch ein zweites. Ich weiß nicht, wie ich ihn gedroppt hab. Ganz ehrlich, ich will es nicht sehen. Ey, mach mal auf. Mach mal auf, schlag. Schau mal, geil, Leute. Wobei, hier steht noch was mit der Schrift, sieht man sogar noch. Ciao. Jo. Lass mal reingehen und von innen lesen. Turnier PMC. Was ist la... Schott bei Xenity. Ciao.